Ich liebe generell Sport, ich liebe es aktiv zu sein und auch so ein bisschen eine Challenge zu haben in meinem Leben. Von daher hat Wink schon für mich so ein bisschen das Gesamtpaket. Das Training ist super abwechslungsreich und das ist auch eine Sache, die ich sehr mag. Es bietet schon viel, viel mehr als einfach nur den Kampf-Kunst-Gedanken daran, sondern auch tatsächlich viel Lebensinhalte, die man für sich selber schätzen lernt hier im Training. Ich würde Wink schon definitiv Leuten empfehlen, die sich in erster Linie für asiatische Kampfkunst interessieren, aber auch so ein bisschen geduldig sind dabei zu bleiben und nicht aufzugehen. Man braucht nämlich eine große Portion Geduld. Dann macht es doch immer mehr Spaß auf jeden Fall. Wenn man einmal drinnen ist, kann man auch gar nicht mehr aufhören.